Jetzt habe ich noch einen Gestatter gefunden, den Herrn Paul Jirre. Stimmt das? Ja. Christina Gott, danke, dass Sie sich mal so fragen, wie es einem Gestatter in den Jahren 2020 im Corona-Zeitalter geht. Ob das hier leicht oder wie ist es mit den Sterbezahlen? Es ist so, dass wir 2020 in Oberösterreich leicht rückläufige Sterbezahlen hatten. Das erste Halbjahr war deutlich schwächer. Ja, jetzt, sage ich, wird im normalen Umfang gestorben und entgegen dem großen Wissen und Denken und Hoffen sind wir alle sterblich und es sterben alle. Es lässt sich nicht vermeiden. Also in Oberösterreich wird nicht viel gestorben, Corona hat keine Auswirkungen in nennenswertem Umfang gezeigt. In meiner persönlichen Statistik kann ich sagen, ich habe im letzten Dreivierteljahr keinen einzigen Corona-Toten gehabt, wohl aber sechs Selbstmörder. Die Depression ist unglaublich, die Leute wissen nicht mehr, wie sie weiter tun sollen. Die wirtschaftliche Not auf der einen Seite, die dauernd wechselnden, nicht mehr nachvollziehbaren Verordnungen treiben psychisch labile Persönlichkeiten. Entweder in den Selbstmord oder wie vor wenigen Tagen in Wien in einen Amoklauf. Das sind einfach, dass die Leute das psychisch nicht mehr verkraften. Und da gehört ganz dringend eingegriffen, da gehört gehandelt. Wir stehen wirklich nicht an einer Kippe, wir sind schon einen entscheidenden Schritt weiter, möchte ich sagen. Jetzt geht es nur, dass wir gut aufkommen im phasenfreien Fall. Wie wir da wieder herauskommen sollen, möchte ich wirklich noch gerne wissen. Also es gibt in den halben, wir haben sich keinen einzigen Corona-Fall, aber doch mehr Innenskollateralschäden aufnehmen müssen. Wie geht es, sprechen Sie auch mit einem Kollegen, wie schaut es da so aus? Unter dem Siegel der Verschwiegenheit genauso. Natürlich gibt es einzelne Corona-Tote, ich will das nicht beschönigen. Es gibt auch Menschen, die an Corona sterben. Statistisch halb so viele wie jedes Jahr an der Krippe. Das ist also, hier wird etwas aufgebauscht und übertrieben. Hier wird vorgegangen, als hätten wir die Pest wieder da oder die spanische Krippe. Beides ist nicht der Fall. Die Hygienemaßnahmen sind besser. Wir hatten immer wieder Krisen im Gesundheitssystem, zuletzt 2012 in der großen Krippewelle. Da haben sie auch geklagt, die Intensivbetten sind leer, sind voll. Und jetzt stehen wir wieder da und es ist wieder eine Krise und wir werden sie wieder bewältigen. Aber das ist kein Grund, die Bevölkerung so zu behandeln, wie das derzeit die Regierung macht. Man hört ja viele Gerüchte oder Geschichten auch über Bestattungswesen. Man kriegt viele Post, wo man hört, Bestatter müssen jetzt auch schon um Hilfe beantragen, weil zu wenig gestorben wird. Nein. Das ist übertrieben, oder? Nein, es wird im normalen Umfang gestorben und wir haben den Vorteil, dass wir, wie gesagt, als wichtige Berufsgruppe weiter arbeiten dürfen. Worauf ich immer gerne hinweise, wir sind in solchen notwendig, weil wir eben auch auf diese Gesundheitsmaßnahmen achten, auf die Hygiene. Wir versorgen Verstorbene ordnungsgemäß, schauen, dass eben keine weitere Infektions- und Ansteckungsmöglichkeiten bestehen. Das ist eine notwendige Sache, deswegen haben alle Bestatter eine entsprechende Ausbildung. Meine ist ein bisschen größer, weil ich war schon der Armeesanitäter und habe dann im gehobenen medizinischen und technischen Dienst gearbeitet. Ich kenne so mehr Hintergründe aus der Medizin als die meisten meiner Kollegen. Aber das ist erbärmlich, was da abläuft. Das ist ja mal sehr interessant, dass man es mal aus den Augen eines Bestattes aussieht. Haben Sie noch irgendwelche Bemerkungen, die Sie noch unter den Fingern brennen, das Sie jetzt sagen wollen? Ich hoffe, dass wir das friedlich rüberbringen. Ich habe manchmal Angst. Die politische Situation ist nur mehr mit den 30er-Jahren zu vergleichen. Und wir sitzen auf einem Pulverfass und es wird gezündelt. Und wie wird da heil herauskommen, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir alle so weit ruhig und besonnen bleiben, dass wir über die Runden kommen. Na schön, dass wir heute ein paar Leute wieder da waren, um zu zeigen, was wichtig ist, wo man dabei sein sollte. Das habe ich ja schon erwähnt. Wenn in Wels die Kaufmannschaft auf die Straße geht. Wels ist eine konservative Stadt. Ich bin Mitglied der Kaufmannschaft auch. Ich bin ein Gewerbetreibender. Ich fühle mich auch dem Handel verpflichtet. Wenn hier schon protestiert wird, ruhig und friedlich, aber man zeigt den Protest. Man sollte das zeigen, auf welcher Basis in der Bevölkerung bereits wie der Widerstand steht. Das sollte den Regierenden doch ein bisschen zu denken geben. Ja, somit gehen wir das dann mal den Menschen auf den Weg, dass sie zwar Anteilnahme zeigen, sich zeigen, aber besinnlich zumindest die Kontinuos noch bewahren. Ruhe bewahren. Ich weiß, wie schwer das ist. Das kann Ihnen auch jeder Psychiater erzählen. Es ist Masken tragen, verschärft Aggression, senkt die Hemmschwelle. Punkt. Und da ist nichts zu beschönigen. Deshalb hören Sie nie einen Psychiater sprechen. Weil das alle Psychiater nur mehr sich in Panik verstecken. In den letzten Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, sprechen jetzt irgendwelche Ärzte. Da war eine Gynäkologin und ein Onkologe. Also nicht einmal die Hygieniker und die Pulmologen, die wirklich vom Fach was verstehen. Offensichtlich gehen Ihnen schon die Fachleute aus. Vor allem die Verschwörungstheorien, die man schon mittlerweile auch mitbekommt. Ja, das ist, ja. Aber wie heißt es so schön, nur weil sie dir sagen, dass du paranoid bist, heißt es nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Ja, ja, eben. Also, Dankeschön für dieses nette Gespräch. Gerne. Und somit, ihr seht, wenn man auf sich veranstaltet ist und kommt mit sehr interessanten Menschen zusammen, hochinteressante Gespräche, so kann man sich bilden auch, seinen Horizont erweitern. Und vor allem, man zeigt, dass man nicht wenig ist, sondern dass man viel sagt. Ja, wir sind viele. Muito sehr. Wir sind ein Noahbephov. himmel. Immer. Ich banner. Ich habe ihn wie viel. Ich bin mir glaube fünf. Untertitelung des ZDF, 2020